Ja, es geht weiter mit Resident Evil Revelations. Da müssen wir noch mal ein bisschen was an den Einstellungen machen. Und den Rest lassen wir so zurück, weil dann hört man mich etwas besser. Und los geht's. Mal sitzen. In Episode 11. Ja, was soll ich sagen. Also in der letzten Folge. Da haben wir Leonard Parker verloren. Die Jessica hat sich als Verräterin entpuppt. Also... Diese Folge heißt Offenbarung. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Hey, dieser Stross hat was haben wir denn gar nicht bekommen. Hoffentlich. Weil es kein Selbstverlust unterhalten war. Geht in den Parasiten. Sie sind die Schatz. Sie sind der Tarker. Sie gehen. Die Schatz sind die Schatz mit einer Schatz. Nicht wirklich. Sie stehen. Sie stehen. Sie stehen. Sie stehen. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie stehen. Sie stehen. Es will sich nicht scannen lassen, aber jetzt. Na warte, jetzt mach ich dich platt. Ah, danke. So. So. Ich könnte wohl keine Knoge brauchen. Haha, shh. Okay. Okay. Ey, ich komme ja noch immer wieder zu sehen, ey. Ah! Mist! Munition und... Kein Mittel werden nicht schlecht. Oh! Shit! Verdammte! Schieße! Shit! Happens! Verdammte! Schieße! So, bis jetzt recht drücken nochmal. Hör mal, ich bin wieder in der Farmschrift. Hör mal, ich bin wieder in der Farmschrift. Schnell weg da! Schnell weg da! Ich brauche Amo! Ich weiß nicht, wie lange das Schiff sich noch unter Rass halten kann. Ich hab hier... Schnell weg! Ah, danke! Darauf hab ich gehofft. Kommt! Worauf denn? Ich bin... Da! Das funktioniert! Oh... Scheiße! Rein! Ja, wo ist die? Danke! Gehen! Feuer frei! Scheiße! 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 Ja! 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 David Secchi! Ich bin wieder weg, was muss zurückgehen, was ich mir career geteilt. Ich bin nicht weit entfernt. Okay. Was ist das passiert? Was ist das? Jetzt schneidet die verdammte Leiter ab. So wie sauf. Ich werde uns hier rausziehen. Nein, noch nicht. Wir können das Ding frei lassen lassen. Gut. Jetzt können wir den Messerung schützen. Wir können es nicht von hier abholen. Geh uns näher. Ich kann nicht. Zu viele Bogeys. Trust me. Okay, fine. Hold on to your seats. Careful. Watch it. Huh. Das ist alles! Geh ihn aus! Geh ihn aus! Okay! Wie viele sind da? Entschuldigung! Mann Fire chill Untertitelung des ZDF, 2020 I need you, Finn. Are you serious? Damn it! Did we kill it? Hey, guys! I've got a present for you! Take this! You know how to treat a girl, Kirk! Aim for its mouth! Ha! 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 And that's all she wrote for the Zenobia. It's me. What's happening? On our way out. We lost Parker. Jessica took the whole ship down. The FBC? Well, Morgan. It was one step ahead of us the whole way. Yes, I see. I hate to think this could all be a mistake. My mistake. Come clean with us, O'Brien. Don't leave anything out. Alright. It all started one year ago. Right there in Terragracia. Okay. Puh. Ein Tod? Eine A-Bewertung? Nicht schlecht. Hat aber länger als 13 Minuten noch was gedauert. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Also das wird wieder nur doppelt voll. Das wird wieder eine schöne Folge. Okay. Zurück. Abgespeichert habe ich ja. Und es gibt weiter. Warte Zeit. Wir sind in der Vergangenheit wieder. Wir sind hier. Ich könnte hier einfach schiefen, ey. Aber wenn ich die Framman bruch. Das ist echt schwer. 2 FPS. 2 FPS. Boah. Boah. 2 FPS. Boah. 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 Ah, jetzt geht es wieder ein bisschen besser, jetzt gehen die Frames wieder runter auf Zweierpast, oh, ich habe schon einen guten Rechner und dennoch, er kommt noch nicht mal um die Ecke hier richtig. 5 FPS, 7, 8, 7, 2, 5, 8, 9, 10, oh, was ist das für eine Scheiße, ey? So, oh Mann, ich frage mich echt, was da los ist jetzt. Ja, der Boss hat für eine Expansion des FBC's Purview gegründet. Oh Mann, eben ging die FPSzahl noch 60 hoch und jetzt ist sie wieder niedrig. Und jetzt geht es wieder, 60 hoch. Ich pausiere mal kurz und gucke mal, was im Hintergrund läuft. Ja. Ja.